Bixby Routines einrichten und verwenden. Am Beispiel des Samsung Galaxy S21 Ultra. Es gibt wiederkehrende Situationen, in denen du die gleichen Funktionen ein- oder ausschaltest. Zum Beispiel, wenn du Besprechungen hast oder nach Hause kommst. Für diese Abläufe und Nutzungsmuster kannst du mit Bixby Routines Automatismen einrichten, um Einstellungen nicht manuell vornehmen zu müssen. Bei den Schnellbefehlen aktivierst oder deaktivierst du alle eingerichteten Bixby Routines durch Antippen des Symbols. Tippe bei den Schnellzugriffen länger auf Bixby Routines, um zur Einrichtung zu gelangen. Hier kannst du verschiedene vordefinierte Routinen entdecken und individuell einstellen. Wähle einen der Vorschläge aus, zum Beispiel Besprechung, und nimm die gewünschten Detaileinstellungen vor. Nach Antippen von Speichern wirst du gefragt, ob du eine Verknüpfung zu dieser Bixby Routine auf dem Startbildschirm einfügen möchtest. Über die Verknüpfung kannst du die Bixby Routine komfortabel ein- und ausschalten. Du kannst auch neue Routinen mit eigenen Automatismen erstellen. Zuerst gibst du an, wodurch deine eigene Routine gestartet werden soll. Tippe dazu auf »Wenn« und wähle eine der angezeigten Optionen aus. Wir richten beispielhaft einen Zeitraum von 21 Uhr bis 7 Uhr für Montag bis Freitag ein. Anschließend wählen wir unter »Dann« aus, welche Aktionen automatisch ausgeführt werden. Das können auch mehrere Aktionen sein. Deine Routine wird abgespeichert und wird im Reiter »Meine Routinen« angezeigt. Tippe länger auf eine Routine, um diese zu löschen. Auf das Pfeilsymbol, um sie zu starten und zu stoppen oder kurz, um sie zu bearbeiten. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema Smartphone an.